Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalterschaft heute fortsetzen können. Und wir sind beim vorletzten Thema, die Gewohnheiten eines Haushaltes. Wir erinnern uns, dass ein Haushalter eine Person ist, die Fremdesgut verwaltet, die eigenes Gut nie verwalten kann, weil dann wäre es kein Haushalter mehr. Es ist entscheidend, dass man die Fähigkeit dazu hat und dass man auch Verantwortung trägt für das, was man tut. Wir haben gesehen, dass Gott den Menschen gemacht hat, dass er das Leben auf der Erde erhält. Er sollte der Haushalter, die einzige Verbindung sein zwischen Gott und der Erde. Und er sollte durch sein eigenes Handeln das Leben hier auf dieser Erde erhalten und führen und sicherstellen. Als der Mensch sündigte, konnte er diesen Auftrag nicht mehr erfüllen. Und deshalb hat ihn Gott jetzt durch Jesus Christus zu einer neuen Haushalterschaft gerufen, nämlich den Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, das Gesetz des Lebens zu vermitteln, dass sie erkennen, wer sie sind, die Liebe Gottes, dass sie die Erlösung in Christus sehen und nach Möglichkeit annehmen. Und dafür muss der Haushalter etwas tun. Er muss den Menschen in ihrer Not begegnen und was tun. Der Haushalter ist fähig, gemacht Dinge zu tun. Er ist fähig, zu nehmen und zu geben. Aber was der Haushalter nicht fähig ist, er kann sich seine eigenen Mittel, die er verwenden muss in der Haushalterschaft, nicht schaffen. Es sind immer die fremden Mittel, die er nimmt, wo es die Liebe, die Gerechtigkeit ist, ob es das Essen und das Trinken ist, ob es die Mittel sind, die Geistigen oder die Physischen, für das Werk zu tun, ob es die Beziehungen sind oder die Kinder, ob es der Appetit, die Leidenschaft oder die Sexualität oder auch das Leben selbst. Es sind Mittel, die den Menschen zur Verfügung gestellt wurden, damit er, indem er alles gibt, das Ziel, den Zweck seines Lebens erfüllt. Und wir erinnern uns, dass der Zweck nur dann oder das Leben nur dann erfüllt ist, wir nur dann glücklich sind, wenn wir unseren Zweck erfüllen. Zweckerfüllung und glücklich sein ist dasselbe. Wer seinen Zweck nicht erfüllt, wer nicht zur Befriedigung kommt, dass das, wofür er gemacht ist, auch sieht und erkennt und tut, dann kann man nicht von Glück reden, dann spricht man von Frustration und von Elend. Nun haben wir in der letzten Stunde betrachtet, dass es ein generelles Mittel gibt auf der physischen Ebene, womit der Mensch umgeht und das ist das Geld. Das Geld ist ein Ersatz geworden für alle Bedürfnisse, so wenn man denkt, sowohl für die geistigen als auch für die physischen und so will man mit Geld, wenn es geht, alles kaufen. Wir haben das letztes Mal gesehen und sicherlich kann man über Geld viel sprechen, aber ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass es nicht unser ist, dass man das Geld immer nehmen muss, irgendwoher und weitergeben. Man kann nie mehr ausgeben als das, was man vorher genommen hat oder irgendwo versprochen wurde, weil das Geld ist nicht unser. So ist das, was nicht unser ist, das, was wir nicht herstellen können, das müssen wir immer zuerst nehmen, damit wir es geben. Wir können nichts geben, was wir vorher nicht genommen haben. Und heute haben wir das andere wichtigste Mittel, was auch generell ist und wovon alles abhängt, und das ist die Zeit. Die Zeit ist etwas, wovon wir uns nicht trennen können. Wir sind in die Zeit getan und auch die Zeit hat ihren Verlauf. Wir in dieser Zeit, aber die Zeit ist nicht unser. Auch die Zeit müssen wir irgendwoher nehmen und geben. Aber da wir ja in die Zeit gesetzt worden sind, ohne Wahl, weil alles passiert nur in der Zeit, alles ist abhängig von der Zeit, so kommt es darauf an, wofür wir die Zeit nehmen oder geben. Ich habe hier ein Zitat, von der richtigen Benutzung unserer Zeit hängt unser Erfolg ab, Kenntnisse und geistige Ausbildung zu erlangen. Und das ist aus dem Buch, wo er weit über die Gleichnisse Christi spricht, 340. So, von der richtigen Benutzung der Zeit, die uns Gott gegeben hat, man kann sie deshalb unser nennen, obwohl sie ja nicht unser ist, hängt unser Erfolg ab, Kenntnisse und geistige Ausbildung zu erlangen. So ohne Zeit kann man nichts tun. Deshalb ist es entscheidend, wofür nehme ich mir sie und wofür gebe ich sie aus. Weil auch die Zeit muss ich nehmen und geben. Und wofür muss ich sie mir nehmen, damit ich dann etwas geben kann, wofür gebe ich sie. Wir sollten uns Zeit nehmen zum Nachdenken. Eines der Dinge, die der Mensch am wenigsten tut, ist, dass er sich selbst im Spiegel anschaut, dass er zusammen mit Gott eine tägliche Auswertung des letzten Tages macht. Der Mensch lebt fast wie ein Tier in einer Welt, wo er nicht wirklich überlegt. Ja, er mag Überlegungen anstellen, er mag nachdenken, weil wir müssen nachdenken. Aber wir denken wohl über das nach, was ein Geschäftsmann zum Beispiel nachdenkt, wie er etwas tun soll. Aber damit man sich selbst prüft, damit man sieht, woraus und aus welcher Motivation man seine eigenen Taten tut, das ist etwas, was ganz selten heute der Mensch tut. Deshalb kennt sich der Mensch selbst nicht. Weil er nicht guckt, warum habe ich gestern getan, was ich getan habe. Weil er nicht nachdenkt, wie und warum bin ich und reagiere ich so. Mit Gott die Pläne machen, klare Ziele setzen. Also ist in jedem Beruf, in jedem Leben ist es entscheidend, dass man sich Zeit nimmt zum Nachdenken. Eines, was am allerunorganisiertesten meistens ist, ist die Familie. Da wir nicht sehen, dass die Familie zu einem Zweck gemacht wurde, nämlich etwas zu vollbringen, nimmt man sich in der Familie nicht klare Ziele. Man macht sich kaum Pläne. Was soll die Familie jetzt erreichen? Was will ich erreichen mit den Kindern? Es herrscht meistens in der Familie eine totale Desorganisation, wo man nicht weiß, wann der Tag beginnt oder wie der Tag beginnt. Es ist nicht strukturiert und wir werden uns im Verlauf noch ein bisschen mit der Struktur der Familie beschäftigen, weil sie ist ja sozusagen die Zelle. Und wenn sie nicht gut funktioniert, dann kann man auch nicht viel tun nach außen. Man muss sich Zeit nehmen, um von der Natur zu lernen. Meistens gehe ich raus in die Natur, um dort meine Andachtszeit zu halten und nachzudenken. Das, was man dort sieht, gibt einem einen Eindruck ins Leben, in die Realität. Und ohne, dass man von der Natur lernt, kommt man nirgends. Wenn ich nicht diese Gewohnheit übernommen hätte, die ich von unserem Heiland abgeguckt habe, dass ich immer rausgehe in die Natur, dann hätte ich all diese Dinge, die ich heute kenne, über den Menschen, über Gott, über die Funktionen, wie das Leben läuft, was krank macht und nicht, nicht erkannt. Die Natur ist so ein fantastisches Erziehungsmerkmal. Wir brauchen uns und müssen uns die Zeit nehmen, um in die Natur hinaus zu gehen, um zu betrachten, die Saat und die Ernte, wie sie festgelegt sind in ihrer Zeit. Es ist so schön zu sehen, dass in jeder Zeit ein gewisser Baum oder eine Blüte blüht. Zu sehen, dass es auch im Winter Blumen gibt, dass Bäume auch im Winter schon aufblühen. Und dass man sieht, trotz der Temperatur kommt da etwas hervor, was bedeutet, das ist Leben. Da wird jetzt etwas geäußert, da kommt jetzt die Saat und im Herbst dann die Ernte. Das Betrachten der Natur und nachzudenken, über wie man das Leben führt, sind wohl die wichtigsten Gewohnheiten, die ein Mensch haben sollte, um sich die Zeit dafür zu nehmen. Es gibt immer einen Konflikt, wofür man sich die Zeit nimmt. Aber wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, wenn man nicht in einer Struktur, in einer Gewohnheitsstruktur das Leben lebt, dann geht es an einem vorbei und man wird keine Kenntnisse noch geistige Ausbildung erlangen. Wofür soll man die Zeit geben? Man muss sie geben zum Arbeiten. Ich gebe sie in der Praxis den Patienten, weil ich da bin, um ihnen zu helfen. Aber ich fange mit dem Mutterberuf an. Wofür gibt die Mutter ihre Zeit? Wofür nimmt sie sich sie? Und wofür gibt sie sie? Das Ganze entscheidend, dass die Mutter weiß, welches ihre Berufung ist, dass sie weiß, wofür nimmt sie sich die Zeit. Nimmt sie sich Zeit für Kochen und Essen? Nimmt sie sich Zeit für sich selbst? Oder nimmt sie die Zeit, um sie zur Verfügung zu stellen, um dieses Kind zu erziehen? Meistens ist es ja so, dass wir uns die Zeit für das nehmen und auch geben, was unser eigenes Interesse trifft. Und wenn das Kind nicht das vorderste und wichtigste Interesse ist, ist es ganz klar, dass man nur dann sich mit dem Kind die Zeit verbringt, wenn man denkt, es ist jetzt notwendig. Aber wenn man denkt, dass das Handy, das Facebook oder was auch immer der Mensch hat, heute in seiner Ablenkung wichtiger ist, wie alles andere. Weil dann nimmt man sich die Zeit für sich selbst, aber für das Falsche, mit der falschen Motivation und man gibt sie hin. Eine Konversation auf Facebook, die nicht notwendig ist, die Ablenkung führt. Und dann kann natürlich der Mutterberuf nicht richtig ausgeübt werden. Und ich denke, es ist eines der Berufe, die heute am meisten nicht richtig gemacht werden, weil man es gar nicht kennt, dass Muttersein ein Beruf ist. Der Familienvater, die Familie als Mittel zum Zweck führen, das ist das, was der Vater wissen muss. Er muss wissen, das ist meine Firma. Diese Firma muss etwas vollbringen und muss etwas tun. Und wenn der Vater nicht da ist, um die Familie zu führen, dann passiert in der Familie nicht viel. Ich werde nochmal auf dieses Thema zurückkommen, ein bisschen später. Der Arzt, der Pastor, der Seelsorger, wir alle nehmen uns die Zeit, um uns auszubilden, aber wir geben sie den Menschen, die in der Not sind. Und jegliche Tätigkeit, egal zu welchem Beruf ein jeder gerufen ist, seine Zeit zu geben, sollte zum Bilden des Reiches Gottes sein. Wir erinnern uns, dass wir Matthäus 6, letztes Mal gelesen haben, 6,33, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist das, was wir im Ziel haben müssen. Es kommt nicht auf die Tat an. Es kommt, wofür, für wen tue ich es. Bin ich im Auftrag Gottes? Tue ich alles, um Gottes Reich zu bilden und seine Gerechtigkeit zu leben? Dann ist es egal, welchen Beruf ich nachgehe, in welche Tätigkeit mich Gott geführt hat. Aber alle Tätigkeiten, zu denen wir gerufen sind, die Zeit zu geben, sind und müssen für das Reich Gottes sein. Das heißt, wir sind da, um in Gottes Auftrag zu handeln. Gewohnheiten. Das Thema heute heißt Gewohnheiten eines Haushaltes. Alles sollte Routine sein, keine Spontaneität. In der Natur ist alles Routine. In der Natur läuft alles nach der Zeit und nach den Umständen. Aber man kennt keine Spontaneität. Und so ist auch der Mensch gemacht worden, dass er in seinem Verhältnis zu Gott lebt, dass er von Gott nimmt und weitergibt. Und dann sind alle Gewohnheiten, müssen unter der Leitung des Verstandes gebracht werden, der selbst unter der Herrschaft Gottes steht. Aus dem selben Buch, in dem selben Kapitel. Gewohnheiten müssen das Leben bestimmen. Und sie müssen mit Verstand gemacht werden. Und dieser Verstand selbst muss sich nach jemandem richten. Und wer ist denn weiser wie Gott? Unsere Gewohnheiten müssen bedacht werden. Das heißt unter der Leitung des Verstandes gebracht werden. Wir tun nichts unüberlegt. Wir tun nichts, ohne dass wir wissen, es ist aus Gott herausgetan. Was ist die wichtigste Gewohnheit des Lebens? Wir müssen verstehen, die wichtigste Gewohnheit des Lebens muss es sein, mit Gott und der Natur in Gemeinschaft zu leben. Jesus Christus war unser Vorbild. Und er hat in einer engen Gemeinschaft gelegt mit der Natur und mit Gott. Und in dieser Gemeinschaft offenbart er für uns das Geheimnis eines kraftvollen Lebens. Aus dem wunderbaren Buch, in den Fußspuren des großen Arztes, auf Seite 53 steht das. So, die wichtigste Gewohnheit des Lebens ist es, die tägliche Auswertung der Taten mit Gott. Es ist die Selbstprüfung in der Natur. Ich muss wissen, tue ich diese Sachen aus Gott oder tue ich sie nicht aus Gott. Wenn wir ohne Routine in den Tag hineingehen, wenn wir nicht wissen, heute ist Dienstag, heute steht das und das auf dem Plan, heute läuft das und das, dann wie sollen wir je erfolgreich sein in dem, was wir tun? Wir brauchen eine klare Strukturierung eines jeden Tages, in der die wichtigste Gewohnheit, das, was nie fehlen kann, dass man nachdenkt, dass man betet, dass man mit Gott sich selbst prüft, wo stehe ich, wofür tue ich. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es wird viel in der Gesellschaft nach der Selbst, von der Selbstsuche gesprochen. Der Mensch muss sich nicht selbst suchen, der Mensch muss sich nur selbst prüfen. So, auf der Suche nach sich selbst sucht der Mensch die Befriedigung, wenn man so will, seine Bedürfnisse und er ist voll konzentriert auf sich selbst und denkt, wenn er die nur hat, nur bekommt, dann geht alles gut. Der Mensch sucht sich selbst um seinen Willen. Er will für sich selbst da sein. Aber das tut ein Haushalter nicht. Wenn ich gehe jeden Tag und mich prüfe vor Gott und schaue, warum tue ich, was ich tue, um mein Herz kennenzulernen, dann tue ich das nicht, um mich selbst zu finden oder um mich selbst so weit heilig zu machen, damit ich Gott gefalle. Nein, weil ich weiß, Gott hat mich zu einem Zweck gemacht. Ich muss richtig dienen können. Das ist das Wohlgefallen Gottes. Wenn ich weiß, wie ich dienen soll, aber prüfe ich mich selbst nicht, erkenne ich mich nicht selbst, wie ich handle mit den Menschen, dann tue ich keinen guten Job, dann tue ich nicht das, was wirklich zählt. Und was hat es dann gebracht, dass ich mit den Menschen gelebt oder gesprochen habe, wenn es aus einer falschen Motivation, wenn es um meinetwillen geschieht? Jesus hat gesagt, ich heilige mich für sie. Wenn wir uns prüfen, wenn wir zu Gott gehen und mit ihm ringen, uns selbst zu verstehen, unser Herz zu erkennen, dass wir wissen, wie wir mit den anderen Menschen umgehen sollen, dann ist das genau das Werk, das ein selbstloses ist, wo wir von unserem Egoismus wegkommen, wo es nicht um mich geht, sondern um das Ziel, den Zweck zu erfüllen. Aber wie soll ich den Zweck zu erfüllen, wenn ich mich selbst nicht kenne? Wenn ich nicht verstehe, warum tue ich, was ich tue? Wenn ich die Natur nicht verstehe, wenn ich die Gesetzmäßigkeit nicht kenne, wenn ich darüber nicht nachdenke, wie soll ich je den Zweck erfüllen, zu dem mich Gott gerufen hat? Deshalb ist es wichtig, dass wir, die wichtigste Gewohnheit des Lebens ist die Gemeinschaft mit Gott, dass man sich die Zeit nimmt, einplant, weiss, es ist Routine, dass man in der Natur mit Gott Gemeinschaft hat. Und in dieser Gemeinschaft geht es natürlich nicht nur um die Selbstprüfung, aber die Selbstprüfung ist das, was am meisten vernachlässigt ist. Wir kümmern uns um die Geschäfte außerhalb und wollen das und jenes regeln, aber wir sehen nicht, bevor wir nicht selbst in unserem Herzen umgewandelt sind, wir auch draußen nichts vollbringen können. Es muss ein Werk geschehen, das aus unserem Herzen nach außen drängt, nicht, dass das Äußere verändern will, ohne dass das Herz verändert worden ist. So, um eine kleine Zusammenfassung zu machen hier. Wir haben und sind in die Zeit gesetzt und in dieser Zeit ist es entscheidend, dass wir eine Gewohnheit haben, eine Gewohnheit, die einen trägt, dass mir Gott diese Gewohnheit beigebracht hat, dass ich meistens, ich komme nicht immer dazu, weil ich durch die Reise nicht immer die Möglichkeit habe, manchmal ist auch das Wetter nicht da, dass ich rausgehe in der Natur. Aber soweit ich es kann, ist meine Zeit, die ich mit Gott jeden Morgen verbringe, nicht irgendwo in einem Zimmer, sondern draußen in der Natur. Diese Gewohnheit, die mir Gott beigebracht hat, ist das Geheimnis. Es ist die Zeit, wo ich mit Gott lerne, wo ich Fragen stelle, wo ich überlege, wo die Zeit zur Seite gesetzt ist für dieses Werk. Diese Gewohnheit, wenn ich sie nicht mehr hätte, könnte ich nichts mehr tun. Diese Gewohnheit ist das Wichtigste. Es ist die wichtigste Gewohnheit. Alle anderen Gewohnheiten entspringen aus dieser Gewohnheit herauf. Dabei geht es nicht um ein formelles Andachtsleben. Es geht um eine Beziehung mit Gott und mit der Natur. Es geht um eine Realität einer Beziehung, wo man fragt. Und ich gehe nicht zu Gott wie einer, der eine gute Zeit haben will mit ihm. Sondern ich habe gelernt, dass die Zeit mit Gott für mich eine Leerzeit ist. Ich gehe nicht, um Gott zu sagen, was er zu tun hat, sondern ich gehe hin, damit mich Gott lehrt, was ich zu tun habe. Ich habe gelernt aus Jesaja Kapitel 50, Vers 4, da sagt es über unseren Heiland, Der Herr, Herr, hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. Das ist das, was ich in meinem Leben als Zentrum sehe. Ich gehe zu Gott in meiner Gebetszeit, um zu lernen. Ich habe keine große Liste. Ja, ich habe eine Gebetsliste und die habe ich Gott vorgelegt. Die sage ich ihm aber nicht jeden Tag, weil er weiß, dass das meine Gebetsliste ist. Ich möchte mich für meine Patienten, für die Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, heiligen. Ich möchte von Gott eine gelehrte Zunge erlernen, dass ich weiß, mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Diese gelehrte Zunge ist kein Automatismus. Die kommt nicht aus uns heraus. Einfach so. Das muss man erlernen. Und wo kann man es besser lernen, als zusammen in der Gemeinschaft, mit dem, der alle Herzen kennt, mit dem, der uns helfen kann, zu lernen. So Gebetszeit und Andachtszeit ist nicht, dass ich Gott einen Gefallen tue, dass ich etwas lese oder bete nach einer formellen Art. Für mich ist Gebetszeit, Andachtszeit, ist Überlegen, ist Nachdenken, ist Fragen stellen, ist Bitten um Erkenntnis, um Weisheit. Wie soll ich das jetzt tun? Diese Gewohnheit ist es, die uns im Leben alles gibt. Und fehlt sie uns, fehlt uns alles. So, ich hoffe, ich habe sie genug betont. Wir wollen keine formelle Andachtszeit. Wir wollen nicht eine Andachtszeit, wo wir in die Gegenwart Gottes treten und so, wie wir hineingetreten haben, noch rauskommen, sondern wir wollen eine Andachtszeit, in der wir lernen, in der wir Gottes Wort ernst nehmen. Wenn ich das Wort Gottes lese, dann spricht es zu mir persönlich. Und ich lese jeden Tag und sage, Herr, sprich zu mir. Und heute Morgen, obwohl ich schon diese Texte kenne, hat Gott so deutlich zu mir gesprochen, in Kapitel Matthäus 5, Abvers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, er sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebe deure Feinde, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Und es ist eine nicht einfache Sache, das zu tun. Wenn man zu Unrecht angeschuldigt ist, dann erregt sich auf der einen Seite zu Recht, dass man zu Unrecht angeschuldigt wird, aber auf der anderen Seite ist es mein eigener Irrtum meines Herzens, dass die Anschuldigung persönlich nimmt und gegen diese Anschuldigung vorgeht. Und in dem Moment, wo ich gegen sie vorgehe, da werde ich zum Sünder. Ich werde dahin gebracht, dass ich mich dem Übel mit Gewalt widersetze. Und wer sich dem Übel mit Gewalt widersetzt, ist genauso übel wie jeder andere. Ich aber sage euch, steht in Vers 39, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, das heißt dem, der euch Übels tut, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf seinen Rechten wackeln, dann biete den anderen auch dar. Das ist Praxis. Dass wir das nicht können von uns aus, ist klar, aber wir wollen und gehen zu Gott. Wir gehen und sagen, warum kann ich es nicht tun? Wie soll ich das tun? Aber ich weiß, das ist Gottes Wort an mich heute gewesen, in der Lage zu sein, dem Übel mich nicht zu widersetzen, nicht dagegen mit Gewalt zu gehen. Das ist nämlich das Übel. Wie sollen wir das lernen aus an den Füßen unseres Heilandes? Wie sollen wir es wirklich umsetzen, außer dort, bei diesen wichtigsten aller Gewohnheiten, die ein Mensch haben muss? Ich habe gelernt, dass Gott allein weise ist. Und ich habe gelernt, dass Vernunft gut ist und Unvernunft schlecht. Ich habe gelernt, dass Weisheit schön ist und Torheit ist nicht schön. Ich habe gelernt, dass Verstand etwas Gutes ist und Unverstand etwas Böses. Und ich habe eine Definition für diese drei Synonyme sozusagen genommen. Und ich sage mir, realistisch, Vernunft, Weisheit, Verstand ist realistischer dem Gesetz der Natur entsprechende Gedanken und Taten. Und Unvernunft, Torheit und Unverstand ist unrealistischer dem Gesetz der Natur entgegengesetzte Gedanken und Taten. Ihr seht, würden wir das Gesetz kennen, wären wir alle vernünftig, weise und verständlich. Und ich verstehe jetzt, warum der weise Salomo so viel vom Gesetz und von der Torheit und von der Weisheit spricht. Sie sind absolute Gegensätze. Das eine erhält das Leben und gibt Gesundheit. Das andere zerstört das Leben und gibt die Krankheit und den Tod. Ich bin so dankbar, dass ich erkennen konnte in der Praxis im Alltag, das, was krank macht, ist nie vernünftig. Ist das nicht fantastisch? Zu wissen, dass es die Torheit ist, der Unverstand, die Unvernunft, das nicht in dem realistischen Gesetz der Natur bleibende Wesen, das Wesen, das etwas will, das nicht geht. Das macht krank. Das ist Unvernunft. Wenn wir uns dem Bösen widersetzen, wenn Menschen etwas tun, was nicht stimmt, und nehmen wir an, sie sind uns untreu oder sie verlassen uns und wir wollen sie dann zwingen, zurückzukommen oder wir wollen sie zum Gutes tun zwingen, dann tun wir etwas völlig Unrealistisches, weil keiner von uns hat Macht über einen anderen. Keiner kann den Geist eines anderen Menschen steuern. Und so ist Krankheit immer die Folge von Unvernunft, von Unkenntnis, von Torheit, von Unverstand. Sie ist nicht dem Gesetze der Natur entsprechendes Denken und Tun. Das hoffe ich, dass wir das verstehen. Deshalb gehe ich, deshalb brauche ich Gott, deshalb brauche ich das Gesetz. Der Psalmist hat das so schön geschrieben im Psalm 119. Da hat er, der David, das hohe Lied, es ist das Zentrum der Heiligen Schrift. Er sagt, wie wird ein Jüngling seinen Weg unstefflich gehen. Und das ist in Kapitel 119 im Psalm 9. Wenn er sich hält nach deinen Worten. Und mit diesen Worten ist nichts anderes genannt, als das, was er nennt, das Zeugnis. Oder das Gesetz. Das Gesetz allein ist Wahrheit. Es ist allein, das Weisheit und Verstand gibt. Deshalb sagt der Salomo, der, der Weisheit gefunden hat, ist gesund seinem ganzen Leib. Vielleicht lesen wir es in den Sprüchen Kapitel 3, wo der Salomo so schön sagt, ab Vers 1. Mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen. Gnade und Treue werden dich nicht lassen. Hänge sie an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, auf dich selbst, sondern gedenke an ihn, an allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wir müssen und sind immer abhängig von jemandem, uns nach jemandem zu richten. Und würden wir uns nach Gott richten, wären wir weise. Aber da wir durch unseren Irrtum in unserem Herzen, durch unsere Unvernunft, durch unsere Torheit, in die wir hineingeboren sind, nach Dingen gehen, uns richten nach Menschen, nach Worten anderer, werden wir zu unrealistischen Gedanken angeregt und unrealistischen Taten. Wir wollen etwas und zwingen uns etwas zu tun, was nicht möglich ist. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe gesund sein und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlingen all deines Einkommens und so weiter. Und wenn ich weiter lese hier, Vers 13, wohl dem Menschen, der Weisheit findet und dem Menschen, der Verstand bekommt, denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser denn Gold. Sie ist edel denn Perlen und alles, was du wünschen magst, ist dir nicht zugleich. Ist das nicht fantastisch? Langes Leben ist zu ihrer rechten Hand, zu ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Das heißt, alle ihre Treppen sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, allen, die sie ergreifen und selig sind, die sie halten, denn der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und durch seinen Rat die Himmel bereitet. Durch seine Weisheit sind die Tiefen zerteilt und die Wolken mit Trau triefend gemacht. Mein Kind, lass sie nicht von deinen Augen weichen, so wirst du glückselig und klug werden. Das wird deine Seele Leben sein und ein Schmuck deinem Halse. Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, dass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, sondern süße schlafen, dass du dich nicht fürchten darfst vom plötzlichen Schrecken noch von dem Sturm der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr ist dein Trost und der behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Meine Lieben, das ist so fantastisch zu sehen, der Salom und all seinen Kapiteln in diesem Werk der Sprüche vergleicht die Weisheit und die Torheit. Und ich bin so dankbar, dass durch Gottes Gnade ich erkannt habe, dass aus Weisheit nie Krankheit entstehen kann. Aus etwas, das nach dem Gesetz Gottes geht, kann nichts Böses entstehen. Das, was in der Natur festgelegt ist, so wie Gott es gemacht hat, das ist Weisheit. Das kann nicht krank machen. Es ist, wenn man dagegen vorgeht, wenn man es nicht kennt, wenn man sich dagegen sträubt, dann kommt man in die Not. So alles, was weise macht, ist Gott. Und da Gott alles gemacht hat, ist er der, nach dem wir uns richten. Wer Gott findet, findet die Weisheit. Wer Gott hat, wird vernünftig und friedlich. Es ist ein Mensch, der so wird, wie hier beschrieben ist, um den herum keine Atmosphäre des Druckes und der Leidenschaft steht, Gott, sondern da steht, da steht ein Mensch, der gewohnt ist, nachzudenken, zu überlegen, ein Mensch, der sich nicht auf sich selbst verlässt oder auf andere Menschen, sondern alleine auf Gott. Ich möchte jetzt noch mal kurz am Ende auf die Familie eingehen. Die Familie ist das, was Gott gemacht hat. Und in der Familie, das ist so wie dieses Haus, so wie diese zwei dieses Haus bilden, es ist eine Firma, wo man tätig ist. Da hat die Mutter den Erziehungsauftrag. Sie hat den Auftrag der Charakterbildung der Kinder. Die Mutter hat den Auftrag zu wissen, dass all das, was sie tut, von den Kindern übernommen wird, automatisch, weil die Kinder hängen und sind abhängig von der Mutter. Eine Mutter muss diese Aufgabe ernst nehmen. Sie muss sich ganz widmen diesem einen Werk, weil diese Kinder gehören Gott. Sie sind Gottesreich. In ihnen muss die Gerechtigkeit Gottes aufgebaut werden. Und dafür muss die Mutter die Gewohnheit haben, jeden Tag sich nachzudenken, sich selbst zu prüfen, warum und was sie gestern getan hat. Sie braucht die Zeit für jedes einzelne Kind mit Gott zu sprechen. Herr, das ist dein Kind. Warum reagiert es, wie es reagiert? Wie, hilf mir, wie kann ich ihm zeigen, wo sein Irrtum es betrügt? Eine Mutter braucht einen Plan. Sie braucht eine klare Gewohnheit, in der sie routinemäßig ihr Kind erzieht. Aber nicht so, dass man sagt, ja, das Kind muss seine Schulaufgaben machen, das und jenes. Das sind Dinge, die sind nicht das, was zählt. Was zählt ist der Charakter. Das zählt ist, wie ist die Mutter ausgeglichen oder nicht? Wie glücklich ist sie? Wie gebunden an Gott ist die Mutter? Wie stark hat sie die Gewohnheit, sich selbst zu prüfen und damit aus der Kenntnis über sich selbst, über den Irrtum ihrer Natur, wissen, wie ihre Kleinen genauso verführt werden, das Falsche zu tun, sodass sie erkennen kann, dass sie nachdenkt. Eine Mutter braucht Zeit. Sie muss sich die Zeit nehmen, um das zu überlegen und dann die Zeit geben, den Kindern zur Erziehung, ihnen zu helfen, zu sehen, ihren Charakter zu gründen, weil diese Kinder sind noch nicht fertig, das Werk zu tun, wozu sie Gott gerufen hat. Und die Mutter ist die Trainingseinheit, die Mutter ist die Bildung dieses Charakters. Das ist das Größte, die Größte Aufgabe, die ein Mensch haben kann, ist Mutter zu sein, weil von ihr hängt das Leben der Charakter und die Zukunft der Gesellschaft ab. Der Vater ist natürlich nicht weniger wichtig, aber er hat eine Übersicht und Leitung der Firma. Er muss sich um die Sachen kümmern, wo sich die Mutter nicht kümmern kann. Er muss wissen, was braucht die Familie. Er braucht eine klare Planung aller Abläufe. Väter sollten eine Morgen- und eine Abendandacht in der Lage sein zu tun und diese Morgens- und Abendandacht sollte eine Besprechung der Tätigkeiten sein. Was steht heute an? Welchen Tag haben wir? Wir lesen die Bibel nicht zur Form, wir singen nicht zur Form, sondern weil wir Gottes Kraft brauchen. Wir brauchen jemanden, nach dem wir uns orientieren und so ist die Morgen- und die Abendandacht eine Arbeitsversammlung. Man trifft sich, um zu besprechen, was ist heute, ob jeder weiß seinen Auftrag und jeder es tut für Gott. Man nimmt ein Wort Gottes, damit das Kind weiß, heute, wenn ich in die Not komme und nicht Lust habe, meine Aufgaben zu tun oder wer weiß, auf was ich stoße, was mein Egoismus reizt, dann weiß das Kind, oh, wir haben heute Morgen diesen Text gelesen und der wird mich tragen, dass ich weiß, wie ich handeln soll in der Situation, die ich am Tage begegne. Dann ist Andacht nicht eine Form, dann ist Andacht Realität, weil sie trifft den Kern des Lebens. Und der Vater muss, so wie die Mutter, ein Vorbild sein in allem. Er braucht die Gewohnheit rauszugehen, um sich selbst zu prüfen. Er muss ein demütiger Mensch werden, der in aller Geduld mit seiner Frau und mit den Kindern umgeht. Er muss ein Vorbild sein, das niemand beanstanden kann. Er muss ein Mann sein im wahrsten Sinne des Wortes, der weiß, was er tut, der sich nach Gott orientiert, dessen Vorbild einwandfrei ist. Und dann gibt es ein Zitat, das ich hier unten aufgeführt habe, aus diesem Buch, die Christi Gleichnisse. Eltern können keine größere Sünde begehen, als wenn sie ihren Kindern erlauben, nichts zu tun. Wir denken, dass nichts tun gut ist. Wir denken, dass man dem Kind, um es ruhig zu stellen, ein Handy oder ein Tablet in die Hand gibt und denkt, dass das dann gut ist. Ein Kind sucht immer was zu tun. Und wenn Eltern nicht wissen, was sie Kindern zu geben sollen, zum zu tun, dann könnten sie keine größere Sünde, Kein größerer Fehler ist es, als das Kind wachsen zu lassen wie ein Unkraut. Nicht ihm zu helfen, zu sehen, seine Energie, seine Fähigkeiten zu richten in das, was zählt. Ein Vater kam zu mir neulich und eine Mutter, weil sie einen siebenjährigen Sohn haben, der liebt es, vor dem Tablet zu sitzen oder vor dem Fernsehen und sich die Zeichentrickfilme anzuschauen. Und sie sagen, was sollen wir tun? Das Kind ist dann rebellisch, wenn wir es ihm wegnehmen. Habe ich gesagt, ganz klar, dann, wenn ihr mit ihm kämpft, das Kind ist so konzentriert auf das, das, so kann man nicht vorgehen, man muss dem Kind einen Tagesablauf, deshalb muss der Vater einen Plan haben, was hat das Kind zu tun? Wenn es nichts zu tun hat, dann sitzt es vor dem Fernsehen. Fernsehen und Tablet ist nichts tun. Das muss weg. Das ist Sünde, das ist etwas, was das Kind zerstört. Das Kind braucht eine Arbeit, es braucht etwas zu tun und da der Vater glücklicherweise ein Kfz-Mechaniker ist und er hat seine Werkstatt zu Hause, also kann er doch diesen siebenjährigen Jungen nehmen und ihm Aufgaben geben und das Kind mit in die Verantwortung nehmen. Das Kind kann mit sieben schon Dinge tun, die ihm Freude machen, wo er seine Fantasie, seine Vorstellungskraft nutzen muss und sagen, wie schraube ich jetzt ein oder wie tue ich das oder wie haue ich diesen Nagel jetzt, als er richtig sitzt. All das, das Kind ist erst dann weise, wenn es Dinge tun kann, aber wenn es vor einem Tablet sitzt, lernt es nichts zu tun und will alles nur bekommen und dass es einem vorgetragen wird. Die Kinder gewinnen bald den Müßiggang lieb und wachsen heran zu hilflosen, nutzlosen Männern und Frauen. Wenn sie alt genug sind, ihr Lebensunterhalt zu verdienen und Beschäftigung finden, dann arbeiten sie in einer langweiligen, trägen Weise, erwarten aber so bezahlt zu werden, als ob sie treu und fleißig wären. Es ist ein großer Unterschied zwischen dieser Weise von Arbeitern und denen, die erkennen, dass sie treue Haushalter sein müssen. Ein Kind wird so ein Haushalter sein, wie es seine Eltern es gelehrt haben. Wir haben hier ein wunderbares Vorbild, das Vorbild aller Vorbilder. Er hat gearbeitet als von frühester Kindheit. Er hat keine Mühe gescheut. Das Leben Christi war von seiner frühesten Kindheit ein Leben ernster Tätigkeit. Noch nie hat jemand so gelebt und gearbeitet wie er. Er lebte nicht, um sich selbst zu befriedigen. Er war der Sohn des ewigen Gottes, dennoch arbeitete er mit seinem Vater Josef als Zimmermann. Sein Handwerk war bedeutungsvoll. Er war in diese Welt gekommen als der Baumeister des Charakters und als solcher war all seine Arbeit vollkommen. Er legte dieselbe Vollkommenheit in seine weltliche Arbeit hinein, wie in die Charaktere, die er durch seine göttliche Kraft umbildete. Er ist unser Muster und Vorbild. Und so habe ich diesem Vater gesagt, du musst dein Kind in die Arbeit nehmen. Und der Vater rief mich ein paar Tage später an und sagte, dass der Junge frei ist von den Zeichentreck Filmen, weil ihm nicht das Ding weggenommen wurde und er gezwungen wurde, es nicht zu tun. Nein, es wurde ihm etwas gegeben, was das Kind erfüllt. Der Zeichentrick Film, das Tablet führt das Kind nicht in eine Erfüllung, weil es muss es tun. Wir müssen was tun und da gucken wir uns natürlich was an, wir könnten das tun nennen, aber es ist nicht das tun, was zählt. Und so, wenn wir dem Vorbild Christi folgen, was die Zeit angeht, was die Gewohnheiten angeht, was das Arbeiten angeht, fleißig sein, dann können wir im Leben ein wirklich selbstloses Leben führen und wir können für uns selbst zufrieden sein. Jesus wird eines Tages zurückblicken auf die Arbeit seiner Hände und er wird völlig glücklich sein darüber. Und das will ich auch. Ich möchte als ein Haushalter Gottes die Gewohnheiten haben, die mein Leben festigen, die mich stützen, damit ich einen wirklichen Sinn erfülle. Das heißt, dass ich wirklich etwas im Leben erreiche, worauf ich zurückblicken kann und glücklich sein kann, dass ich es getan habe. Nicht auf das, was ich eingesetzt habe, das ist immer Gottes Mittel. Aber das, was ich tue, das ist das, worauf ich zurückblicken kann und sagen kann, Herr, ich danke dir. Es war ein wunderbares Tun. So möge Gott uns helfen, unsere Gewohnheiten so klar zu haben, die Zeit so immer im Sinn zu haben, immer im Voraus zu kalkulieren und Menschen zu werden, die Haushalter, die wahren Haushalter sind, die eines Tages zurückblicken können auf ihre Arbeit. Und das ist unser letztes Thema in der nächsten Stunde, wo wir uns Gedanken machen werden, was hat denn der Haushalter von seiner Haushalterschaft? Möge uns Gott helfen und segnen, zu segnen, um zu erringen, das Ziel, ein treuer Haushalter zu sein. Amen. Hohalterschafts Hohalterschafts Hohalterschafts